Hitzefrei in der Arbeit gibt es nicht, aber wenn es im Büro über 35 Grad sind, dann ist der Raum nicht mehr zum Arbeiten geeignet. Du darfst aber nicht einfach heimgehen, sondern dein Chef muss für Kühle sorgen, denn er hat eine Fürsorgepflicht. Schon bei über 30 Grad drinnen muss dein Boss Schutzmaßnahmen ergreifen, z.B. Ventilatoren oder eine Klimaanlage organisieren. Die Kleiderordnung könnte er lockern oder dir mehr Pausen gönnen. Und alle, die draußen arbeiten, müssen besonders geschützt werden. Dein Boss kann beispielsweise Wasser- oder Sonnencremes organisieren. Er darf auch die Arbeitszeit nach vorne verlegen. Wer im Homeoffice sitzt, hat Pech. Er muss selber für Kühle sorgen. Aber auch für ihn gilt.